Ich sehe es mal ganz so gut aus, aber unbering wollte ich dich jetzt nicht unbedingt. Wie siehst du aus, Alter? Aber wenn du willst, es kam doch vorbei. Na, danke. Ich klaue erstmal von den Leuten die Tasche. Oh, ich habe Snickers. Gott, Snickers darf man ja nicht sagen. Das Snickers darf man ja nicht sagen. Das ist ein Schokoriegel. Ja, gut, dann hör auf. Du hast einfach Eis-Kite-Werbung gemacht. Ich mache einen Schokoriegel. Schoko. Ich habe Geld.